Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendaidukai und in diesem Video konfiguriere ich den kleinen Arturia Microlab Controller mit dem Generic Flexi Script von DrivenByMOS. Diesen Controller nehme ich deshalb, weil er wirklich nicht viele Funktionen bietet. Aber das ändern wir jetzt. Und wir fügen diesem Drehreglerlosen Controller sogar noch Drehregler dazu. Das heißt, wir erstellen jetzt eine DAW-Integration für den Arturia Microlab Controller, für den es eigentlich keine DAW-Integration gibt. Und noch einen speziellen Gruß an Arturia. Ihr könntet langsam wirklich mal anfangen Linux zu unterstützen oder noch besser eure Konfigurationssoftware plattformunabhängig machen. Wir haben schließlich das Jahr 2024. Dann legen wir mal los. Das ist der Controller. Ein USB-Kabel und das sind alle Knöpfe und Tasten, die zur Verfügung stehen. Eine Hold-Funktion mit Akkord-Funktion, eine MIDI-Kanal-Umschalt-Funktion, Oktave hoch, Oktave runter, Pitch-Band und Mod-Wheel und 25 Tasten. Das war's, oder? Das wär's gewesen, wenn da nicht Bitwig und vor allem DrivenByMoss von Jürgen Moosgraber mit dem genialen Generic Flexi-Script wäre. Schreib mal einen Gruß unter Jürgens und Bitwigs Videos, dass du das Video hier angeschaut hast. Mit dem Generic Flexi-Script von DrivenByMoss erweitere ich diesen Controller um eine Play, Stop, Record und Undo-Funktion, springe einen Takt zurück, springe an den Anfang des Loop-Bars, Toggle Punch-In, Punch-Out, acht Drehregler oder Fader, Mode-Wechsel, Wechsel von Tracks, Sense, Devices und Plugins und mehr. Insgesamt erweitere ich den Controller um über 80 Funktionen und da geht noch mehr, wenn du willst. Falls du bisher noch nicht so viel mit Controllern selber gemacht hast, mach das gar nichts. Das ist ganz einfach. Wenn ein Knopf eines Controllers gedrückt wird, dann schickt dieser ein MIDI-Befehl und jeder dieser Knöpfe hat eine eigene Nummer. Von diesen MIDI-Befehlen gibt es verschiedene Kategorien. Um die häufigsten zu nennen, MIDI CC, Control Change, wird bei sehr vielen Knöpfen, Drehreglern und Federn genutzt. MMC, MIDI Machine Control, kommen ursprünglich daher, weil damit Hardwaregeräte gesteuert wurden, zum Beispiel das Transportfeld, Play, Stop, Record, wird meist per MMC gesteuert. Diese Befehle enthalten keine MIDI-Synchronisationsinformationen. Und Note, diese werden gesendet, wenn eine Klaviaturtaste oder eventuell Pad gedrückt und wieder losgelassen wird. Alle diese Knöpfe, Tasten, Fader, haben jeweils eine eigene Nummer, damit diese, zum Beispiel in der DRW, auch zugeordnet werden kann. Zum Beispiel drehe ich Drehregler 5, dann muss ich auch immer derselbe Parameter in der DRW ändern. Logisch und einfach. Früher gab es bei den Controllern immer noch einen Anhang mit einer Auflistung, welcher Knopf, Drehregler oder Fader welche Nummer mit welchem MIDI-Befehl ausgibt. Das scheint aber wohl den Einsparungen zum Opfer gefallen zu sein. Auf jeden Fall habe ich sowas schon lange nicht mehr gesehen. Aber auch das ist kein Problem, wenn dich der Hersteller hier komplett im Regen stehen lässt. Mithilfe von MIDI-Monitoring-Tools oder einfach hier mit dem Driven-By-Most-Generic-Flexiscript, musst du nur auf den Knopf drücken und du siehst, welche Nummer und welche anderen Informationen geschickt werden. So, jetzt legen wir aber wirklich los. Ich mache das hier sehr, sehr ausführlich, um zu zeigen, wie du an die entsprechenden Infos kommst. Welche Funktionen für mich sinnvoll sind und wie ich sie umsetze. Dazu habe ich auch entsprechende Tabellen erstellt, sodass du dir diese Übersicht anschauen und besser verstehen kannst, wie ich das verknüpfe. Und schließlich habe ich noch eine einseitige Funktionsübersicht erstellt, falls ich mal den Controller eine Weile nicht benutze, damit ich sofort wieder sehen kann, wo welche Funktionen hinterlegt sind. Auf geht's! So, der MIDI-Controller, hier das Arturia Microlabs, muss am Computer angeschlossen sein und auch vom Betriebssystem und Bitwig erkannt werden. Das ist die Voraussetzung. Dann Einstellungen, Controllers und Add Controller und Flexi-Skript auswählen. MIDI-Ports zuordnen, alle Knöpfe durchdrücken und schauen, welche Nummern angezeigt werden und am besten aufschreiben. Ich habe das hier mal gemacht. Das sind die Standardbefehle, die mit den Knöpfen und den Fadern verfügbar sind. Und danach habe ich gleich noch im Detail überlegt, welche Funktionen ich wie zuordne, in welche Slots ich sie speichere. Und schließlich habe ich das Ganze noch, wie gesagt, in einer Übersicht niedergeschrieben, sodass ich sofort sehen kann, wie ich welche Funktionen aufrufen kann. So, und die erste Aktion, die ich in diesem Skript mache, ist, dass ich es abspeichere. Jedes Mal, wenn du etwas änderst und du es dauerhaft behalten willst, musst du speichern klicken. Das sollte soweit klar sein. Und jedes Mal muss dann ein Speichern unter Fenster aufpoppen, das du bestätigen musst. Wenn das Fenster nicht zu sehen ist, kann es sein, dass aus irgendeinem Grund hinter Bitwig aufgepoppt ist. Das Speichern in den Speicherslots folgt einer einfachen Logik. Du wählst einen Slot aus, dann drückst du einen Knopf oder Feder oder Note oder irgendein anderes Ding. Dann drückst du Set und speicherst damit diese Hardware-Zuordnung. Und jetzt musst du nur noch deine Traumfunktion auswählen und fertig. Auf zum nächsten Speicherslot. Oder zwischendurch die Konfigurationsdatei speichern. Das ist insofern wichtig, da manche Controller manchmal etwas zickig werden, wenn man zu oft irgendwelche Änderungen vornimmt. Wenn das vorkommt, dann einfach das Skript deaktivieren und wieder aktivieren. Das initialisiert den Controller neu und lädt die zuletzt gespeicherte Konfigurationsdatei wieder frisch rein. Und dann kann es weitergehen. Sollte das nicht funktionieren, dann den Controller mal für eine Minute vom Strom trennen. Oder wenn es so richtig merkwürdig wird, die alte IT-Regel beherzigen, den Computer neu durchstarten. Hello IT, did you try to turn it on and off again? Okay. So, und um das gleich wieder zu löschen, kann ich hier einfach auf das Set off gehen und der Slot ist wieder gelöscht. So, jetzt gehe ich auf meine Liste hier, die ich mir hier erstellt habe. Das ist einfach eine Übersicht in LibreOffice. Und hier sind die Standard-Einstellungen bzw. die Standard-MIDI-Nummern, die ich rausgefunden habe. Und ich habe mir jetzt einfach etwas überlegt, wie ich das alles zuordne. Und vielleicht am besten an der Funktionsseite noch mal erklärt. Ich habe hier aufgeteilt in verschiedene Funktionen und die Klaviatur habe ich hier auch noch mal aufgeteilt, sodass man einfach sieht, was ich hier meine, wenn ich das hier unten beschreibe. Das heißt, ich bezeichne diese Tasten, wenn hier nichts an den Oktaven geändert worden ist, als C1, D1. Und dann geht das hier so weiter, C2, D2 bis C3. Und was ich hier zum Beispiel mache, ist die Play ist Shift plus Oktav minus. Die Rekordfunktion an und aus ist Shift plus Oktav plus. Undo ist Shift gedrückt halten und das Pitchband berühren. Dann das Beginnen, dann zur Loopbar zurückspringen, ist dann auf den MIDI-Kanal 2 wechseln und die D1-Taste drücken. Um noch einen Takt zurückspringen, ist auch auf MIDI-Kanal 2 wechseln, also Shift und 2 und C1 drücken. Tockel Punch-In, Punch-Out ist auch auf MIDI-Kanal 2. Das ist Punch-In und Punch-Out. Open-Close-Parameter-Controls, also dass man die Parameter, die Remote-Controls sieht, ist MIDI-Kanal-Taste 2 oder MIDI-Kanal 2 und die letzte schwarze Taste hier von der ersten Oktave. Dann das Fenster oder das Device, das Plugin auf und zu zu machen, ist dann Tockel Expand MIDI-Kanal 2, hier wieder und hier CIS. Die erste Taste der nächsten Oktave. Dann durch die verschiedenen Remote-Controls, zum Beispiel durchzuwechseln, nehme ich MIDI-Kanal 2 bis 9, also 8 insgesamt. Und das Mod-Wähl ordne ich dann einfach dem entsprechenden Drehregler zu. Dann kann ich mit dem MIDI-Kanal 3 einfach das nächste Item und das vorherige Item auswählen. Das sehen wir dann gleich an der Modes-Definition, was das dann bedeutet mit den Items. Und das kennt ihr vielleicht schon aus dem vorherigen Video, wo ich das mal beschrieben habe, was die Items sind und was die Item-Pages sind. Dann gibt es hier ein direktes Select-Item 1 bis 8, wenn man hier nicht durchschalten will, sondern direkt zuorten will, ist MIDI-Kanal 3 und dann von C1 hier weiter hoch bis G1. Das ist dann Select-Item 8. Review-Next-Item-Pages ist MIDI-Kanal 2. CIS 1 und DIS 1. Da kann ich einfach vor- und zurückschalten. Next-Mode ist einfach Shift und das Mod-Wähl. Mod-Wähl quasi. Dann Select-Mode kann ich die Modes direkt anwählen über den MIDI-Kanal 3. Und das geht dann hier los, indem ich C2 nehme für Track-Mode. Der Volume-Mode ist CIS 2 oder Panorama-Mode ist D. Von den Cent 1 bis 8 geht es dann hier so komplett durch bis hierhin. Und dann habe ich einen kleinen Abstand für Select-Mode-Device. Der ist dann auf MIDI-Kanal 3. C3. Das habe ich extra mit einem Abstand gemacht, damit man einfach MIDI-Kanal 3 und die letzte Taste auswählen kann, ohne dass man hier jetzt nochmal unterscheiden muss, welche Taste ist das nochmal. Das ist hier immer die letzte Taste. Denn ich denke, dass die meisten Modes, die benutzt werden, sind vermutlich den Track-Mode und den Device-Mode. So, das Ganze habe ich hier nochmal im Einzelnen aufgeführt. Das sieht alles mega kompliziert aus, ist es aber einfach gar nicht. Das ist einfach nur Schritt für Schritt aufgeschrieben, was ich machen will. Hier siehst du die Modes, die verschiedenen und welche Funktionen in den verschiedenen Modes zur Verfügung stehen. Aber hier sieht man zum Beispiel Set-Value 1, welche Drehregler oder in dem Fall das umfunktionierte Mod-Wheel, was hier genau steuert. Also wenn ich jetzt das Mod-Wheel umfunktioniere in Next, wo haben wir es, Next Mode, Next Item Page, Previous Item, Next Item, Parameter, Select Item und so weiter, dann sehe ich hier, welche Komplexität das aufmacht, obwohl ich gar nicht so viele Knöpfe brauche. Das heißt, durch diese Mode und Options, was ich in dem vorherigen Video über das Generic Flexi-Skript und die Mode und Options erklärt habe, entsteht diese Komplexität. Und die erreiche ich mit sehr, sehr wenigen Tasten. So, fangen wir doch einfach mal an. Ich habe mir noch die Slots hier aufgeschrieben, wo ich was speichern will, außer zum Beispiel hier, da habe ich mir jetzt noch keine Slots aufgeschrieben, aber das kann ich ja jetzt in dem Fall einfach direkt tun. Hier habe ich auch kein Slot aufgeschrieben. Warum der Pitchband in dem Slot 1 ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil der soll eigentlich keinem Speicherslot zugeordnet werden, weil der im MIDI-Kanal 1 immer Pitchband sein soll, genauso wie das Mod-Wheel. Die einzige Einschränkung durch diese Definition ist, der MIDI-Kanal 1 reagiert im Prinzip ganz normal wie alle MIDI-Kanal 2. Und ich benutze jetzt MIDI-Kanal 2 und 3 hauptsächlich, um Sachen zu verändern. Und für das Mod-Wheel habe ich in den anderen MIDI-Kanälen bis 9, habe ich noch zusätzliche Funktionen drin. Das heißt, die freien MIDI-Kanäle, die ich zur Verfügung habe, wären jetzt mal, wenn man alles rausnimmt, MIDI-Kanal 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also ich habe genügend MIDI-Kanäle zur freigen Verfügung, um diesen Controller über andere MIDI-Kanäle sprechen zu lassen. Beziehungsweise habe ich MIDI-Kanal ab 4 eigentlich für alle Noten frei, außer das Mod-Wheel. Das könnte ich in den MIDI-Kanälen 4, 5, 6, 7, 8, 9 nicht benutzen, weil das da die Zuordnung hat. Ansonsten, wie gesagt, MIDI-Kanal 1 funktioniert der Controller so, wie er soll. Und dann, wenn man einen höheren MIDI-Kanal oder einen anderen MIDI-Kanal brauchen sollte, was, ich sage mal, im Standardfall von Bitwig nicht notwendig ist, kann man dann immer noch ab MIDI-Kanal 10 sich irgendwas aussuchen. Wahrscheinlich MIDI-Kanal 10 bis 15, weil 16 öfter mal nochmal ein Sonderfall ist. Okay, legen wir einfach los. So, ich habe jetzt Rekord, ist auf Shift plus Oktave plus. Um den Controller nochmal kurz anzuzeigen. So, was ich hier zuordnen will, ist die Rekord-Funktion mit auf die Funktion Shift plus Oktave plus. Das ist MIDI-Kanal 10 Nummer 29 und die speichere ich auf Slot 29. Einfach, dass das relativ klar ist, wo ich das speichere. Also, ich wähle mir hier Slot 29 aus, dann drücke ich Shift Octave plus, dann Set. Jetzt ist das hier zugeordnet. Die Info ist der Info zugeordnet. Und dann suche ich Transport Toggle Record aus. So, und wenn ich jetzt Shift plus Octave plus drücke, dann geht hier Record an. Und das ist ein Toggle-Knopf. Das heißt, wenn ich den einmal drücke, geht es an. Wenn ich ihn nochmal drücke, geht es aus. Nächste Funktion. Play. Play ist Shift plus Octave minus. Shift plus Octave minus. MIDI-Kontrol C oder MIDI CC 28 speichere ich auf Slot 28. Also wähle ich Slot 28 aus. Drücke Shift Octave minus. Set. Und auf das Transportfeld gehe ich jetzt auf Play. Und wenn ich jetzt Shift Octave minus drücke, geht das Play hier an. Wenn ich nochmal drauf drücke, stoppt das. Und wenn ich zweimal schnell auf Play drücke, springt mir der Play-Cursor wieder an den Taktanfang. Also ich habe quasi drei Funktionen. Start Play, Stop Play und an den Anfang zurückspringen. Okay. Nächste Funktion. So, der habe ich jetzt keine Funktion zugeordnet. Das ist MIDI, MIDI CC oder MIDI Note. Jump beginning of a loop bar. Lege ich auf die Note D1 auf dem MIDI-Kanal 2. Und das hat die Nummer 50. Und das lege ich auch auf die Nummer 50. Okay. Also, was ich jetzt machen muss, ist, ich wähle erstmal den Slot 50 aus. Dann schalte ich um mit Shift und dem Diss auf den MIDI-Kanal 2. Und lege das auf die Note D1. Beziehungsweise nehmen wir doch vielleicht einfach diese. Da sieht man das nochmal hier auf D1. Also MIDI-Kanal 2 mit Shift und 2 und dann auf die Note D1. Okay. Legen wir mal los. 50, MIDI-Kanal 2, D1. So, und jetzt sehe ich hier Number 50. Das stimmt überein. Die Übereinstimmung mache ich einfach nur, dass ich, wenn ich keine Dokumentation habe, das einfacher finde. So es denn geht. So. Hier habe ich was gesagt. Jump beginning of loop bar. So, jetzt muss ich rausfinden, wo ist das. Ich habe hier 50, MIDI-Kanal 2, 50, MIDI-Kanal 2. So, das Ganze findet in einem Track oder Clip statt. Muss ich mal gucken. Ich glaube, das geht hier über die Actions. Hier unten habe ich die Actions. Und jetzt kann ich hier unten auswählen Arranger. So, und jetzt kann ich mal gucken. Jump to beginning of previous bar. Jump to Arranger loop. Jump to beginning of Arranger loop. Da ist meine Funktion. So. Das heißt, ich habe jetzt Action 1 mit Jump to beginning of Arranger loop. Und kann jetzt hier sagen, execute action 1. So, damit ist das für mich belegt. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mal laufen lasse und stoppe, und ich bin jetzt im MIDI-Kanal 2 und drücke jetzt die Taste D1, dann sollte er eigentlich hierhin zurückspringen. Das tut er auch, wenn das Konfigurationsfenster zu ist. Also, ich spiele das, stoppe, drücke D1 und dann springt er mir hier wieder zurück. Das ist besonders dann hilfreich, wenn ich zum Beispiel den Loop Bar hier habe, lasse das laufen, stoppe, würde ich jetzt zweimal Play drücken, springe ich ganz an den Anfang zurück. So, deshalb, ich lasse das hier laufen, zack, und jetzt springe ich an den Anfang von dem Loop Bar hier zurück. Damit habe ich das gespeichert. Zwischendurch kann ich einfach mal wieder speichern, okay, überschreiben. Und jetzt ist diese Konfiguration schon gespeichert. So, gehen wir zur nächsten. Jump to Previous Bar vielleicht eher. So. Das heißt, hier springt er einfach noch mal einen Takt weiter zurück. Das Ganze speichere ich auf 48, auf den Slot 48, weil das hier die Nummer 48 ist. Das Ganze wieder auf dem MIDI-Kanal 2. Also MIDI-Kanal 2, Slot 48, Jump to Previous Bar. Okay, also, Slot 48. So, Note C1 auf MIDI-Kanal 2, 48, Set. Okay, und jetzt mache ich das Ganze wahrscheinlich wieder über eine Action. Diesmal nehme ich mir die Action 2 raus. Dann nehme ich hier den Arranger, wenn ich ihn finde, hier. Und dann Jump to Beginning of Previous Bar. Zack. Ich sage hier dann noch, Action, Execute Action 2. So, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, einfach hier irgendwo bin und drücke jetzt C1, springt er mir einen kompletten Takt zurück. Bin ich hier bei 5, springt er auf 4, auf 3, auf 2, auf 1. So, das Ganze könnte ich jetzt noch sagen, dass er mir vorwärts springt, zum Beispiel. Aber ich kann jetzt auch D1 drücken, dann springt er mir auf den Anfang des Loop Bars. Oder wieder zurück, oder wieder vor, oder wieder zurück. Und so habe ich eine leichte Sprungfunktion. Ich erkläre gleich, warum das wichtig ist in dem Workflow. So, nächste Funktion. Tockel Punch-In und Punch-Out. Das Ganze ist auf Note E1 und F1, wieder MIDI-Kanal 2, auf 52 und 53. Machen wir es einen nach dem anderen. 52. Tockel Punch-In. So, 52 ist hier oben. Dann auf E, MIDI-Kanal 2, Set. Und Punch-In, Punch-Out ist bei den Transportgeschichten Tockel Punch-In. Okay. So, jetzt habe ich Punch-In definiert. Und der nächste, machen wir gleich mit, ist Punch-Out ist F1, MIDI-Kanal 2, MIDI-Nummer 53. Also kommt hier auch eine 53 rein. Und dann machen wir das hier so, 53, die F-Taste gedrückt. Dann habe ich hier, das wäre E, das ist F, 53, MIDI-Kanal 2, Set. Und bei dem Transport mache ich jetzt ein Punch-Out. So, das Ganze speichere ich noch nicht, mache ich gleich. Könnte ich zwar, aber... So, dann jetzt mache ich einen Ando noch. Und Ando ist einfach Shift und das Pitch-Bend-Wheel oder Fader berühren. Nehmen wir den hier. Das heißt Shift und Pitch-Bend berühren. Das ist ein Ando. Okay. Das heißt, MIDI-Kanal 1, MIDI-Nummer 112, speichere ich auf 112. Also wieder zurück wechseln auf MIDI-Kanal 1, Slot 112 auswählen. Machen wir mal, zur Not können wir hin- und herspringen. So, 112 war haben wir es da. Dann Shift und auf MIDI-Kanal 1 umswitchen. Shift und Pitch-Bend kurz berühren. Das kommt dann hier raus. Jetzt habe ich 112. 112, Set. Und ich will ein Ando da dran. So, und Ando finde ich, glaube ich, unter Global, Global Ando. Wunderbar. So, jetzt speichere ich das mal zwischendurch wieder. So. Und jetzt habe ich meinen ersten Workflow. Das heißt, ich kann jetzt, MIDI-Kanal 2, springe ich ganz an den Anfang zurück. Beziehungsweise, ich habe hier meinen Loop-Bar und kann jetzt zum Beispiel, wenn ich wieder mit MIDI-Kanal 2, kann ich hier MIDI-Punch-In, Punch-Out an- und ausschalten. An, aus, Punch-In, an- und aus, Punch-Out, an- und aus. Vielleicht ein bisschen größer. So, Punch-In an, Punch-In, Out an- und beide wieder aus. MIDI-Kanal 2. So. Was ich jetzt machen kann ist, wenn ich jetzt hier irgendwie was spiele und was aufnehmen möchte, kann ich das zwar über Record machen und dann spielen, aber ich kann auch schön den Loop-Bar benutzen, sagen, nur an der Stelle will ich was aufnehmen und wenn der dann durch ist, dann soll der automatisch wieder ausmachen. Hat viele Vorteile, gerade wenn ich zum Beispiel mit Kontrollern arbeite, wo ich irgendwelche Automationen aufnehme oder einfach nur irgendwelche Noten spiele. Heißt, ich kann jetzt einfach meinen, oder wenn ich das jetzt hier hin packe, ich kann jetzt einfach zum Beispiel sagen, ich will jetzt einfach einen Takt zurück, dann drücke ich auf Play und fange an und dann spiele ich hier irgendwas und hätte ich jetzt Punch-In, Punch-Out gedrückt, dann wäre das auch so, hätte das auch so funktioniert, wie ich das wollte. Machen wir das einfach nochmal, gehen wir hier ein, zurück, dann machen wir Punch-In, Punch-Out an, hier oben. Jetzt gehe ich wieder auf MIDI-Kanal 1, drücke Play, geht los und jetzt nimmt er auf und jetzt hört er auf und ich habe jetzt einfach meinen kompletten Clip hier eingespielt. Kann dann einfach nochmal hier zurückspringen oder noch weiter zurückspringen und so sieht das aus. Das ist der Workflow. Gefällt mir das Ganze nicht, weil ich mich hier irgendwie verspielt habe, kann ich jetzt einfach mit Shift und Pitch-Bend das Ganze wieder undo machen. Ich habe jetzt ein bisschen zu viel gedrückt, normalerweise geht es nur eins zurück, jetzt gehe ich hier nochmal ein, von mir aus zwei Takte zurück oder es war mir jetzt doch ein bisschen zu viel, dann gehe ich nochmal hier hin und nochmal ein zurück, kann das alles schön einstellen. Ich habe immer noch Punch-In, Punch-Out hier aktiviert, dann drücke ich wieder Play und dann spiele ich wieder meinen Wahnsinns-Track. Stopp und dann ist wieder so, war das wieder falsch, drücke ich nochmal kurz undo, dann gehe ich nochmal hier zurück. So zum Beispiel, so in der Richtung und kann jetzt einfach nochmal irgendwie was spielen. So lange, bis ich das einfach richtig gemacht habe. So, das ist der Workflow, warum ich die Tasten so gelegt habe. Wenn man das eine Weile gemacht hat, geht das super schnell und man muss nicht ständig zur Maus und Tastatur greifen, um eben zum Beispiel diesen Sachen einzustellen. Das Einzige, wo ich die Maus natürlich brauche, ist um den Loopbar hier mir ordentlich hinzupacken. Da könnte man sich dann nochmal überlegen, ob man sich dann hier nochmal irgendwelche Tastendefinitionen überlegt, womit man den Loopbar mit Start-Loopbar und End-Loopbar irgendwie legen könnte. Weiß ich nicht, kann man mal versuchen, wenn ihr Ideen dazu habt, wie das irgendwie super einfach zu realisieren ist in diesem gesamten Workflow, schreibt es mir in die Kommentare. So, dann geht es hier weiter. Wir haben den Undo-Mode auf 112 gelegt. Jetzt machen wir den Next-Mode und der Next-Mode ist Shift-Mod-Wheel auf MIDI-Kanal 1. Das ist die 114, also Slot 114. Okay, gehen wir hier wieder rein. Wählen Slot 114 aus. Wo bist du? 114. MIDI-Kanal 1. Zack. Und Shift-Mod-Wheel. 114. MIDI-Kanal 1. Set. Und wir wollen Next-Mode haben. Ist das richtig? Next-Mode ist richtig. Okay. Dann suche ich mir hier in den Funktionen die Mode-Funktion raus. Die ist hier. Und dann gibt es hier Next-Mode. Diese hier. Okay. So, habe ich gespeichert. Wenn ich das hier zu mache und einfach Shift-Mode-Wheel drücke, sehe ich, wie hier die Modes durchgewechselt werden. Ich kann immer nur vorwärts wechseln. Aber dafür geht das Mode immer im Kreis. Das heißt, wenn ich mich hier vertan habe und wollte eigentlich Device, bin aber auf Dreck wieder gelandet, kann ich einfach wieder vor. So lange, bis ich wieder auf Device bin. Bei den Cents, die hier auch stattfinden, vielleicht müssen die Cents hier sein. Da könnte sein, dass Bitwig nochmal was machen muss. So, Shift. Ja, die Cents werden nur hier genommen. Cent 1, 2, 3. Cent 1, 2, 3. Das sind diese Cents. Da wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn hier auch nochmal der Name des Cents stehen würde, dass hier Delete Plus steht und FX2, FX3, weil das sollte zudem passen. Aber okay, da sollte vielleicht Bitwig nochmal irgendwas tun. Okay, also wir haben jetzt einfach Shift-Mode-Wheel auf 114 gesetzt. Hold hat zwar MIDI Nummer 64, das lasse ich aber. Das benutze ich nicht extra, weil ich kann einfach die Hold-Taste drücken und dann wird mir einfach die Note gehalten. Das ist in sehr vielen Fällen einfach sehr hilfreich, wenn ich einen Akkord oder irgendwas drücke und dann an den Federn rumspielen will, um Filter oder irgendwie sonst was zu machen. Dann habe ich einfach beide Hände zur Verfügung. Dasselbe dann hier für Mod-Wheel und Pitch-Band. Die lasse ich einfach unberührt. Da mache ich jetzt einfach nichts daran. Und jetzt kommen wir zum Mod-Wheel in den anderen MIDI-Kanälen. Und da bin ich dann einfach hingegangen und habe gesagt, okay, ich war ja schon im 100er-Bereich. Da gehe ich jetzt einfach in den 200er-Bereich und lasse da einfach ein bisschen Platz, falls ich da irgendwie noch was machen will. So, und so habe ich einfach so eine gewisse Absetzung in dem Funktionsumfang, den ich benutzen möchte. Das heißt, wenn man einen komplexeren Funktionsumfang hat, kann man hier natürlich auch sagen, okay, ich fange jetzt hier nicht bei 200, sondern zum Beispiel bei 150 oder bei 120 an oder irgendwie sowas. Das ist einfach nur frei nach meinem Gusto. So, das heißt, Mod-Wheel hat immer MIDI-CC Nummer 1 und ich wechsle hier jetzt einfach durch den MIDI-Kanäle durch. So, und sage, ich fange bei Slot 200 an. Ich kann das ja einfach ein bisschen, dann brauchen wir nicht die ganze Zeit hin und her wechseln. Ich mache das jetzt einfach so. Ich glaube, so brauche ich das nur. Hier auf die Seite, mal gucken, ob das funktioniert. Das funktioniert. Und jetzt sage ich einfach Mod-Wheel, Slot 200. Das heißt, ich wähle jetzt erstmal den Slot 200 aus. Hier. Dann schalte ich um auf den MIDI-Kanal 2 auf dem Controller und schiebe jetzt einfach am Mod-Wheel rum. So, und dann sehe ich jetzt Modulations-Wheel, MIDI-Kanal 2, Set. Und jetzt kann ich Set-Value aus den Modes auswählen. Hier die Modes. Set-Value 1. Zack. Und das mache ich jetzt einfach für alle MIDI-Kanäle über alle Slots. Jetzt nehme ich Slot 201. Slot 207, MIDI-Kanal 9, am Mod-Wheel rumschrauben. Hier ist der MIDI-Kanal 9. Set. Modes. Value 8. Okay. So, das war jetzt erstmal eine Menge. Wollte ich jetzt eigentlich nicht klein machen. Das Ganze speichere ich jetzt erst nochmal ab. So, und jetzt kann ich zum Beispiel mir mal ein Device aussuchen. Nehmen wir mal einen PolySynth. So, und jetzt habe ich die Remote-Pages. Nehmen wir mal den Filter, das ist das gängigste. Die Remote-Pages, so dass ich auf, wenn ich auf MIDI-Kanal 2 bin, kann ich das hier steuern. Wenn ich im richtigen Mode bin. So, und da muss ich jetzt erst in den Device-Mode. Da war er schon, da bin ich jetzt durch. So, jetzt bin ich im Device-Mode. Auf diesem Device. Und jetzt kann ich die Filterfrequenz mit meinem Mod-Wheel steuern. Das hier ist dem Mod-Wheel normalerweise zugeordnet. Wenn ich wieder auf MIDI-Kanal 1 gehe und das Mod-Wheel berühre und rumschiebe, dann mache ich das. Gehe ich auf MIDI-Kanal 2, kann ich das wieder einstellen. Gehe ich auf MIDI-Kanal 3, kann ich das hier. MIDI-Kanal 4, kann ich den hier. MIDI-Kanal 5. Ihr versteht das Prinzip. Da habe ich einen ausgelassen. Den wollte ich auch noch mal ein bisschen drehen. Und den hier. Der Vorteil an der ganzen Nummer ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Filter... Jetzt habe ich aus Versehen den Mode gewechselt, bin wieder auf Device. Wenn ich jetzt zum Beispiel Filterfrequenz hier rumspiele, habe ich jetzt einen Controller, den ich mit der Hand bedienen kann. Und mit der anderen könnte ich jetzt die Resonanz bedienen. Ich kann jetzt zwei Controller gleichzeitig bedienen. Und das ist jetzt einfach der ganz große Vorteil. Weil wenn ich jetzt irgendetwas performe, rumjamme oder ausprobiere, habe ich einfach, obwohl ich nur einen Controller, der eigentlich gar keinen Drehregler hat, kann ich zusammen mit der Maus zwei Drehregler einfach bedienen. Das ist auch der Hintergrund dieser ganzen Konfiguration. Gehen wir jetzt einfach mal weiter. So. Oh, das ist hier mal wieder groß. Dann sehen wir mehr. So, und jetzt kann ich Previous Item Page und Next Item Page einrichten. Okay. Ich mache das immer so, dass ich Previous quasi die untere Taste, also die tiefere Taste oder auf der linken Seite und Next mache ich immer auf der rechten Seite. Deshalb Cis und Dis, das sind schwarze Tasten. Da muss ich nicht lange überlegen, weil in einer Oktave habe ich die schön getrennt. Und so kann ich das dann auch schön voneinander trennen. So, jetzt habe ich folgendes gemacht. Ich habe Previous Item Page und Previous, also Item Page und Items und Parameters und so weiter eingestellt. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Device hier bin und ich drücke jetzt Previous oder Next Item Page, einfach so. Dann gehe ich auf Midi Kanal 2, schalte ich um und Dis 1 wäre Next Item Page, das hier. So, wenn ich das jetzt hier drücke, dann sehe ich, wie die Remote Controls durchgescrollt werden. Cis 1 komme ich auf, gehe ich wieder zurück. Wenn ich mir das hier angucke, ich gehe mal auf den allerersten, kann jetzt auf den zweiten Oszillator hier gehen. Dann kommt OSZX, dann kommt Mix und dann Filter, Dis, Dis und wenn ich mit Cis zurückgehe, Mix, OSZX, 1 und 2. So, das ist der Wechsel von den Item Page im Device Modus, in dem ich mich gerade befinde. So, Next Item und Previous Item auf Fis und Gis wäre, wenn ich mich hier drauf befinde, wechsle ich das Device hier. Ich kann zwischen den Devices hin und her wechseln, einfach, dass ich Gis und Fis drücke im Midi Kanal 2. Device Parameters, SA ist, damit kann ich hier jetzt die Remote Controls auf und zu klappen. Und wenn ich nochmal auf den hier zurückgehe, hier kann ich das aufklappen. Jetzt klappe ich das auf und könnte mit dem Expand, also mit dem Cis 2 auf Midi Kanal 2, das ist die erste schwarze Taste der nächsten Oktave, einfach das Device zuklappen. Zum Beispiel. Dann habe ich nur noch die Remote Controls der entsprechenden Devices auf. So, damit kann ich mir Platz schaffen, ohne auf die Maus oder auf die Tastatur zurückgreifen zu müssen. So, und jetzt kann ich das natürlich noch so machen, dass ich sage, okay, ich definiere mir jetzt einfach einen weiteren Midi Kanal. Mache das hier wieder zur Seite. Und vielleicht einfach so, den Slot bräuchten wir noch. Und mache mir jetzt möglich, dass ich direkt die Items ansprengen kann, wenn ich das möchte. So, das heißt, ich gehe jetzt auf, da habe ich jetzt auch wieder einen Sprung drin, 220. Und die Sprünge sind wirklich willkürlich gewählt. Dann gehe ich auf den Midi Kanal 3, drücke die Note C1, hier drücke Set, gehe auf den Mode und sage Mode Select 1. Das kann vielleicht manchmal wichtig sein, dass man direkt irgendein Device ansprengen kann. So, und je nachdem, wie oft man das benutzt, desto eher kommt man in diese ganze, in diesen ganzen Workflow mit rein. So, jetzt gehe ich da einfach durch. So, dann wäre das hier komplett abgeschlossen. Ich speichere das jetzt mal wieder zwischen. Überschreiben. So, und jetzt kann ich hier noch die Modes direkt anwählen. Und das habe ich auch auf Midi Kanal 3, aber eine Oktave höher fängt das Ganze an. Einfach mit ein bisschen Abstand. Es fängt auf C2 an. Also, wenn wir hier mal gucken. Das Ganze fängt hier bei C2 an. Gerade eben habe ich das von C1 hier gemacht, über die schwarzen Tasten noch. Und jetzt geht das hier über C2. Okay, also, Select Mode Track. Ich gehe wieder auf Midi Kanal 3. Hier habe ich auch wieder einen kleinen Sprung drin. Einfach als Abstand. So, und das wäre im Prinzip meine komplette Konfiguration, Funktion, die ich eingestellt habe, um all diese Funktionen, gerade mit diesen Modes, hier ausführen zu können. Wir können es mal versuchen. Ich habe das jetzt noch nicht wahnsinnig viel gemacht. Gespeichert haben wir es. Machen noch ein paar weitere Spuren hier rein. Könnte sich auch nochmal überlegen, ob man diese Funktion auch nochmal auf den Controller legt, dass man das hier auf und zu machen kann. Das wäre auch nochmal eine Idee. Könnt ihr ja in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das am besten machen würdet. So, und jetzt können wir mal gucken. Ich habe jetzt hier die Funktionen. Play, Shift und Oktav Minus. So. Shift, Oktav Minus spiele ich hier. Ich habe hier noch Punch-In, Punch-Out an. So. Record, Shift und, da habe ich das Plus vergessen, und Oktav Plus. Shift, Oktav Plus macht mehr Rekord an und aus. Mit dem Play kann ich auch nochmal hier springen oder einfach laufen lassen. Einmal ist da halten, zweimal geht wieder ganz an den Anfang zurück. So. Beginn-Loop Bar ist MIDI-Kanal 2. Previous Bar ist MIDI-Kanal 2. Toggle, Punch-In, Punch-Out auch MIDI-Kanal 2. Alles MIDI-Kanal 2 von C1, D1, E1, F1. Okay. So. Das heißt, ich gehe auf MIDI-Kanal 2. Dann kann ich mit D1 Anfang des Loop-Bars und C1 hier wieder zurückspringen. Mit E1 mache ich Punch-In an und aus. Und mit F1 mache ich Punch-Out ein und aus. Dann habe ich Undo, habe ich noch komplett vergessen. Mit Shift-Pitch-Band machen wir mal irgendwas hier rein. Shift-Pitch-Band ist er wieder weg. Wenn ich jetzt hier mehrere Sachen mache, Shift-Pitch-Band, Pitch-Band, 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 alles wieder weg. So. Open-Close-Parameter-Controls ist MIDI-Kanal 2 und Toggle-Expand auch MIDI-Kanal 2 auf dem A-IS oder auf dem B und auf dem CIS-C2. Okay. Gehen wir hier mal rein. So. Das heißt, MIDI-Kanal 2, B oder CIS ist das hier und der daneben ist das hier. A ist oder B. CIS 2. Mache ich das wieder auf und zu. Die Modulatoren kann man leider nicht direkt, oder ich habe es noch nicht gefunden. Direkt auf und zu zu machen. Auf und zu machen. Aber so kann man einfach direkt mit dem Controller ein bisschen Platz schaffen. Okay. Dann haben wir das Mod-View auf MIDI-Kanal 2 bis 9, womit ich die Remote-Controls ändern kann. Machen wir das mal. Dann mache ich das mal. MIDI-Kanal 2 ist das hier. MIDI-Kanal 3, MIDI-Kanal 4, MIDI-Kanal 5, MIDI-Kanal 6, MIDI-Kanal 7, MIDI-Kanal 8 und mit MIDI-Kanal 9 drehe ich den achten Drehregler um. Und je nach Modus, wenn ich jetzt einfach den Modus wechsle, zum Beispiel den Track-Modus gehe, bin ich hier oben, kann ich mit dem ersten Drehregler, kann ich, bin ich jetzt in dem, nee, ich bin nicht im ersten Drehregler, ich muss auf den ersten Drehregler auf, kann ich das Volume des Tracks mit dem Mod-Wheel jetzt einstellen. Mit dem zweiten Drehregler auf MIDI-Kanal 3 kann ich das Panning einstellen. Ab MIDI-Kanal 4 drehe ich an den Drehreglern hier rum. MIDI-Kanal 5, MIDI-Kanal 6, MIDI-Kanal 7 und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt in den nächsten mit Shift und Mod-Wheel rumgehe, dann sehe ich, dass ich mit MIDI-Kanal 2 kann ich das Panning hier einstellen, MIDI-Kanal 3 kann ich das Panning hier einstellen. Und ich sehe das immer hier an diesen kleinen farbigen Dreiecken, welche Kanäle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind. So, was ich bei dem Track jetzt gerade noch nicht gezeigt habe, vielleicht sollte ich dann nochmal zurückgehen, das ist aus dem vorherigen Video eigentlich bekannt. So, gehen wir nochmal nach Device und Track. So, ich kann jetzt Previous-Next-Item-Page, C1 und D2 oder Previous-Next-Item, MIDI-Kanal 3, F1 und G1. Könnte man vielleicht auch auf den selben MIDI-Kanal legen und auf die selben Tasten, wäre so eine Sache. Previous-Next-Item, MIDI-Kanal 3. Was habe ich? FIS und G1, GIS 1. Ich will, okay, Track, MIDI-Kanal 2. Hier gehe ich jetzt Trackweise vor und zurück. Ich kann jetzt einfach hier schön oder, was habe ich eingestellt? Item-Page, C1, D1. Kann jetzt einfach direkt hier springen in 8er-Blöcken. Oder vielleicht sieht man es hier besser. Hier springe ich jetzt in 8er-Blöcken hoch und runter. Auf 8. Oder gehe hier einzeln hoch und runter. Im Volume-Mode Previous-Next sind auch wieder die nächsten 8-Tracks und Previous-Tracks. Das wiederholt sich hier dann einfach nur mit den Previous- und Next-Items. Außer dann bei dem Device, wo ich dann hier einfach zum nächsten und zum vorherigen Device gehen kann. Oder zur nächsten und zur vorherigen Remote-Page. Und dann Remote-Controls. Also hier wechsle ich einfach oder wähle ich einfach die verschiedenen Volume-Tracks in Volume-Mode, in Panorama-Mode, Panorama-Schalter aus für die entsprechenden Tracks. Die Tracks, die vorherigen oder nächsten 8, wechsle ich dann mit Item-Page. Und die vorherigen und die nächsten Tracks dann mit Previous- oder Next-Item. Und das ist im Prinzip die komplette Konfiguration. Das heißt, wenn ich mir das so ein bisschen verinnerliche, was ich hier mit welchen Tasten machen kann, mit dieser Übersicht hier zum Beispiel, komme ich relativ schnell zur Rande und kann eben mit dem Controller sehr, sehr viele Optionen und sehr viele Funktionen auswählen, die ich so auf dem Controller nie hatte. Und für mich persönlich sind zwei Dinge hier, ja doch zwei hauptsächliche Workflow-Funktionen extrem wichtig. Das eine ist eben die ganze Play-Record-Geschichte mit dem Herumspringen hier, wo ich was machen kann, gerade wenn ich irgendwie am was einspielen bin oder am rumprobieren bin. Und eben diese Steuerung der Remote-Controls und Remote-Pages, das Öffnen und Schließen, beziehungsweise eigentlich eher das Öffnen der Remote-Controls und das Mod-Wheel zu benutzen, um einfach einen zusätzlichen Controller zu haben oder mit dem Mod-Wheel einfach direkt einen Controller auswählen zu können, einen Remote-Control auswählen zu können, um quasi mit der Hand, mit der Haptik etwas zu steuern oder eben einen zweiten Controller zusammen mit der Maus zur Verfügung zu haben, dass ich dann einfach hier was steuern kann. Ich muss den richtigen Mode auswählen. So, die weiß. Und nehme jetzt einfach mal diesen hier, dass ich hier einfach mit dem Finger was steuern kann und mit der Hand was steuern kann und mit der Maus zusätzlich noch einen zweiten Controller steuern kann, obwohl ich gar keine Drehregler im Prinzip habe. So, das war es an der Stelle. Ich hoffe, dieses sehr lange, oder ich hoffe, nicht so wahnsinnig lange Video hat euch so ein bisschen gezeigt, wie ich das konfiguriere. Es sieht erst mal, wenn man sich diese ganzen Zuordnungen hier anguckt, sieht das erst mal nach wahnsinnig viel aus. Aber du hast gesehen, die Konfiguration ist nicht wahnsinnig kompliziert. Man muss sich einfach nur eine Liste machen, was wohin kommt. Und der Rest ist dann einfach nur eine Pleißarbeit, das hier alles zuzuordnen. Und schon hat man hier eine unglaubliche Vielzahl an Funktionen zur Verfügung. Und das eben mit einem Controller, der gar nicht dafür gedacht war, dafür und wo vom Hersteller nicht wirklich eine gute Unterstützung gekommen ist. So, das war es dann auch schon wieder. Mein Name ist Odo Sendaidukai. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020